Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Weekly Chess Opening Video auf meinem Kanal mit eurem Brock, meine geliebten Community. Ja, ich bin ja so aufgeregt. Da ein Chess beiseite, mal reingucken, was mein geliebter Krieger heute noch in der Vault zieht. Ob sich das Ganze noch lohnt oder er nicht. Ich wage es ja zu bezweifeln, fast schon. Was haben wir dann gezogen? Geil, ne? Guck mal, das letzte Item haben wir noch nicht mal 304 gespielt. Da seht ihr mal, ne? Da haben wir noch nicht so viele krasse Sachen gemacht. Hier, guck mal, ein Gürtel, wieder kleines Upgrade. Sehr wundervoll, Schuhe haben wir schon, Gürtel nehmen wir. Kleines Upgrade. Oh Mann, hab ich mich da drauf gefreut. Oh, das war wieder die Vault meines Lebens. Uh, 21er oberes Karasam. Mmh. Oh, ja. Ich bin natürlich mega drauf gefreut jetzt. Auf dieses unglaublich große Upgrade. Oh, krasses Upgrade. Oh, richtig. Richtig, richtig, richtig schlimm. Ja. Da haben wir hier zwei Hosen und ein paar Handschuhe. Ja, ist jetzt nicht das krasseste, was ich mir so gewünscht hätte. Ja, was haben wir hier? Gut, da haben wir halt das Leggy drauf liegen. Beispielsweise, die Leggy sind ja sowieso bald eher hinfällig. Ja, da könnte man jetzt natürlich auch sagen, man setzt schon mal quasi auf eine Hose. Ja, weil, ja, das, ja, die Werte sind natürlich jetzt nicht optimal. Ne, man könnte aber schon mal vorab quasi sagen für nächste Woche. Wenn die Leggies halt keine große Bedeutung mehr haben, dann würde ich fast die Hose hier nehmen, ne. Ja, die hat zwar Mastery, es sind halt beide, es sind keine geilen Werte. Ähm, wir haben ja nächste Woche noch eine Volt. Wir nehmen die Handschuhegraden ab, weil die Werte gefallen mir einfach grundlegend schon mal beide so gar nicht, ne. Die Werte, klar, ist da schon viel Tempo drauf. Ja, hoffe einfach 24er oberes Karazhan. Juhu. Genau, machen wir da jetzt gleich die T-Sets draus und dann ist das Ganze erstmal geregelt. Dann gucken wir, wie wir nächste Woche ein Lootglück haben, würde ich sagen. Ah, vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Lootglück, vielleicht haben wir da ein bisschen weniger Lootglück. Ah, nächste Woche haben wir ja auch nochmal. Also von daher sehe ich das Ganze nicht so tragisch. Ansonsten auf jeden Fall hoffe ich, ihr hattet guten Loot in eurer Weekly Chast. Ich drücke euch hier ganz, 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 donnie die Daumen, dass ihr guten Loot drin habt. Solltet ihr sie noch nicht geöffnet haben, na, dann drücke ich euch die Daumen. Habt ihr sie schon geöffnet, dann hoffe ich natürlich, dass ihr schon guten Loot in eurer Weekly Chast drin habt. Ansonsten sehen wir uns bald relativ schnell. Nächste Woche schon mit Guides wieder, falls ihr gerade dieses Video wirklich bis zum Ende schaut. Wir werden nächste Woche mit dem Furokkriegerguide für Raid, Furokkriegerguide für M+, Waffenkrieger für M+, Waffenkrieger für Raid. Und auch mit dem BM-Jäger wieder direkt einsteigen. Gibt ja neue Skillungen dann, dann werden die Talentbomben wieder freigestellt. Da werden wir direkt einsteigen und das Ganze so schnell wie möglich auch abarbeiten. Dass ihr dort natürlich so schnell wie möglich wisst, okay, wie soll ich skillen, wie soll ich spielen. Dann später auch in Rank vielleicht, weil wie gesagt, wir werden aus der Beta das Ganze dann übernehmen. Wo wir dann schon mehr Talentpunkte zur Verfügung haben. Aber ihr könnt das grobe Grundgerüst bis dahin natürlich auch schon direkt quasi nächste Woche, wenn der Pre-Patch rauskommt, übernehmen. Ansonsten bleibt alle gesund, bleibt alle munter. Vielen, vielen lieben Dank für eure Liebe und euren Support. Ich bin raus, haut da rein, euer Brocken. Ich bin raus, haut da rein.